Heute ist der 12. Dezember 2021 und schon der dritte Advent. Wir öffnen heute das zwölfte Überraschungsei und haben damit auch Hypezeit im Adventskalender 2021. Ich wünsche euch schon einmal einen schönen dritten Advent und wir öffnen das zwölfte Überraschungsei. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Überraschungsei wünscht? Schreibt es doch mal in die Kommentare. Lasst gerne ein Abo und einen Daumen nach oben da. Ich wünsche euch einen wunderschönen dritten Advent. Wir sehen uns morgen hier wieder im Adventskalender 2021 bei unser Sammlerteam. Untertitelung des ZDF, 2020